Die Psy Crimes in Crisis Unit. Ihr Einsatzgebiet sind Verbrechen und Krisensituationen, in die mutmaßlich psychisch gestörte Verwickels. Hey! Stop! Griffin! Nein! Weg damit! Nein! Weg nicht dahin! Soll ich Ihnen sagen, warum Sie hier sind? Weil Sie hier in den Abgrund sehen können. Warum haben Sie diesen Ententanz aufgeführt? Kein Ententanz. Das mit dem Stress ist eine heikle Sache. Er liegt auf der Lauer und dann... ...und zu einem Schrauben ist eine Heile und dann... ...weil ist ein Einzel niet gekommen. ...zunehmen.